Zack, 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 zack. Äh, was? Was hat mich jetzt bitte schön getroffen? Dicke mal! Timmy! Warte mal. Mal kurz den hier machen. Oh, ich hätte warten sollen damit. Hahaha, ich wut ja nach oben. Egal, machen wir. Ach, guck mal. Zick, zack, fertig. Gut, dann werden wir uns mal nach oben begeben. Dafür haben wir ja diese schicken, für uns gesetzten Plattformen. Hopps, hopp. Ja, hier war doch mal was, hier mit dem Thema. Ja, bleib du mal da, mein Freund. Ich hab was Schönes für dich. Guck mal, hier. Ja, oh, warte. Äh, der, 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 der nehm ich mit. Okay. Look what I hear is. What is in here? Oh Gott. Au! Guck mal, genau. Ich konnte euch doch einfrieren, da passiert ja nichts. Nur ich darf nicht nochmal auf euch schießen, dann seid ihr weg. Au. Au, Mann! Jetzt mal poste ich hier mal kurz ein bisschen ein paar Schüsse hin. Gerade wegen sowas hier. Ich kann nämlich nicht beim Schwingen schießen, das ist schade. Weil Samus hat ja keine Zweikanonen, die hat ja nur eine. Und mit der einen muss ich mich ja hier rumschwingen. So, schwingen, 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 schwingen dir einen ab. Check your beauty. Na, na. Ach, egal. Ich ignoriere euch jetzt, also lasst mich an der Ruhe. Ich gehe einfach hier durch. Will nur meinen Weg hier finden. Wenn ich schon diese Musik höre, weiß ich schon Bescheid. Ah, what? Shit. Ich bin gerade mich reingebackt. Ja, mach doch auf hier. Hoch mit hier. Mann. Aha. Uhuhu. Der X-Ray Scoop. X-Ray. X-Ray. Okay, da denke ich glaube ich, ah, ich glaube ich habe ein neues N64-Let's Play. Gerade in der Birne. Was ich machen könnte. Das hat mich jetzt gerade, dieser Name hat mich daran gerade erinnert. Oh, dafür ist er nämlich gut da. Kann ich nämlich hier gucken, ja? Ob ihr umwartet ist hier, was mir nicht gefällt. Okay. Zack. Da, da, da. Okay. Zack. Und dann bin ich schon draußen. Gut, dann könnte ich jetzt eigentlich wieder Richtung... Hm. Ja, ich mache das mit Absicht jetzt. Ich will einfach nur die Karte aufhaben. Das ist nämlich wunderbar, warum mache ich jetzt... Warum lasse ich mich da runterfallen wie ein Bekloppen? Einfach nur, weil ich die Karte rot haben wollte. Oh. Jetzt mal durchschwingen. Und schwingen. Ja, du Mistvieh. Das hasse, wenn wir manchmal diese Gegner manchmal in die Arme jumpen. Warte mal, hier kann ich doch auch mal eben schnell... Ja. Ah, hier ist dann kein Stachel. Aber hier kann ich mal... Kurz hier ganz locker und leicht hier durchsammeln. Uh, keine Mistvieh. Ja, warte mal. Zack, zack, zack. Und raus geht's hier. Gut, gut. Moment. Krawosch. Nehmen wir direkt mit Freunden mit. Na, euch nehme ich mit Hass mit. Mit der Prozession von Wut. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr finden hier. Was mir auffällt... Ganz ehrlich... Ich bin nicht doof. Oh, shit. Ich bin doof. Cool, lala. Das haben wir jetzt nicht gesehen, was ich da gerade abfabriziert habe. Na, toll. Ich habe mich gerade selber versaut. Ah, okay. Okay, okay. Ich ärgere mich jetzt nicht. Ich mache jetzt wieder Dummheiten, sondern ich gehe jetzt ganz nett. Hier wieder rein. Mach hier... Ich bin da und so hole ich wieder ab. Ha, ha. Me, 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 me. Was mache ich schon mal? Ah, Notiz an mich. Noch vorher drauf gucken, ob es sowas. Warte mal. Ich wette mit euch, da ist was. Ist doch was drin, lala. Das könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Mä, ich... Ich weiß nicht, aber... Ey, ma, wozu hat man das Ding hier? Dann hält sich doch alles... ...in still. Da ist aber nichts. Schade. Sicher? Läuft eigentlich seit einem anderen Weg. Warte mal. Muss ja nicht immer der Raum sein. Ja, hax. Ich kann mich aber diesen Raum böse erinnern sogar. Wenn ich diese ekelhaften Dinger da an der Decke um... ...bohren sehe. Da wird mir jetzt schon übel. Vorsichtig, ja. Ich habe mich damals zu Tode geärgert, da reinzufallen. Und dann da rauszukommen. Das ist schon eine wolle Proppe Freude. Moment mal. Ich erinnere mich aber an was hier. Eine Sache habe ich mich aber sehr gut noch erinnert hier. Halt die Klappe. Mäh. Einer von euch war doch mal... ...wann mal ruhig da. Ich weiß, dass einer von euch ekelhaften Dinger mal damals am Weg war. Aber jetzt noch... Aber in ihr war das nicht... ...irgendwo anders da, wo diese Pflanzenfresser sind. Da muss ich einen Blick halten. Ich kann mich noch erinnern, dass einer von denen sogar noch ein Ausgang... ...ein Weg war da draußen. Ja, schießt mir ins Gesicht, du... ...Mistifidu. Weißt du, gucke ich mal hier nach. Du bist doch schon wieder... ...hä? Ja, ihr seid auch nicht so. Ich weiß nicht. Soll ich euch jetzt liebhaben oder soll ich euch verekeln? Aber da! Ha! Da ist das, was ich gesucht hab. Ja, das hab ich gemeint. Aha! Okay, theoretisch sehen wir, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich das erste Mal die Bomben gefunden hätte, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur... Hier war... ...auf jeden Fall... Aha! Sag ja! Manchmal sollte man schauen. Man findet sogar Dinge hier, die man... ...wie gesagt, ich finden würde. Hm, 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 hm. Hm, hm. Nichts. Gangen ist sauber. Aber ich kann mich entsinnen, dass einer von den Pflanzenviechern... ...einen Weg hatte. Das war mir so ganz leicht in Erinnerung noch gewesen. Aber irgendwo muss ich darauf achten. Einer der Pflanzenviecher war ein Loch. Das weiß ich noch. Genau. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in einer der Viecher mit Absicht reinsprengen musste. Oh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hier war oder woanders. Aber auf jeden Fall muss ich mir das in den Hinterkopf behalten noch. Das weiß ich noch sehr genau. Den spreng ich jetzt schon mal weg. Da hab ich nicht, dass noch mal ein... ...Powerbomb-Verbraucher dafür extra. Das ist ein Speicherpunkt. Geh, ich steck mal rein. Hm, 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 hm. La, 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 la. So, ich habe es geschafft. Hm. La, 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 la. Hm, hm. Hm. Hm, hm. Wozu muss ich mal inspizieren? Weil manchmal... Na, wie soll ich sagen? Manchmal habe ich das Gefühl, da ist was. Aber ich muss es erst mal genau inspizieren. Ihr geht, ihr geht. Hallo, verzischt euch. Warte mal. Müsst ihr hier gewesen sein? Ich glaube, da war es sogar hier. Da! Sag ich doch! Rein da. Ha! Habe ich es mir doch gesagt! Irgendwo war ja noch so ein Ort, wo ich da reinspringen muss mit Absicht. Ich würde da mal so sagen, ey. Ich kenne mich doch noch. Habe keine Ahnung im Murmel. So. Jetzt setze ich erst mal alle den... Au! Mäh! Ich hasse das. Wenn die Decken vor der Stachel sind. Gut, gut. Gutes Erinnerungssystem noch in der Birne. Das... Lache ich mir immer noch einen ab drüber. Eine Festplatte für bestimmte Spiele, die dann sich aktiviert. Okay. Ich muss mal den Weg freispringen hier. Hier ist nichts. Also sauber. Raus, ja. Wo bin ich denn hier? Deutschland. Okay. Mhm. Weiß zum Geil nicht, wo ich jetzt hier bin wieder, aber... Ich werde es da gleich irgendwann rausfinden. Okay. Guten Tag. Ah, hier ist... Bin ich denn hier gerade? Ach, hier oben bin ich. Alles klar. Gehe ich jetzt erst mal zum Schiff und mache jetzt mal eine Speicherung hier. Würde ich mich später, weil ich hier begeben soll. Hm. Oder soll ich erst mal... Ich schaue mich gerade mal ein bisschen hier um. Ja. Oder? No. Ja. Jetzt wird es so vor. Ich bin dann gehüpfe. Hier ist schon mal mein Schiff. Da gehe ich gleich rein. Nein. Ja. Ja, komm. Erst mal hier ein Schiffchen. Abwärts. Ja, vielen Dank. Speichern. Speichern. Komplett. So, hier ist meine Aufnahmepause. Und im nächsten Part, dann begebe ich mich Richtung Wreckerschiff. Da ist nur so viel wie, ähm, Frackschiff. Oder verrottetes Schiff, whatever. Ich sage immer Schiffsfrack. Also, liebe Leute. Bis zum nächsten Part. Ich habe Schluck auf. Ich muss hier mal kurz Pause machen. Bis dann. Then. Bye.